. Level 2 Wolf! . . . . . . . Aha! Aha, oh, ho, 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 30 Schaden. Das ist schon was anderes jetzt. Das hat sich gelohnt. Ich glaube, noch höher kann die jetzt nicht mehr werden. Aber einfach so 30 Schaden kostenlos verursachen, das ist mächtig. Gut, dass ich das jetzt weiß, das muss ich mir merken, verdammt. Cool. Fundig, würde ja sagen. Aber wirklich. Was machen wir? Ja, nehmen wir die Karten so? Ja, okay. Level up. Jetzt können wir vier Karten auf der Hand halten. Verhauen noch den Level 4 Banditen. Hoffentlich ohne viel Gegenschaden. Jo, 30 Schaden. Schade, ich hätte gehofft, dass sie jetzt vielleicht nochmal höher wird, aber nee. Jetzt ist Schluss, aber gut. Bam. Mensch, das haut echt rein, oder? Also, die ist sogar bis zum Schluss nicht schlecht. Also, ganz im Gegenteil. Cool, cool. Auf zum Boss. Auf zum Zyklopen. Gib uns mal ein bisschen Block. Ein bisschen defensiver muss auch sein. Er heilt sich ein bisschen. Ist nicht schlimm. Au, das tut weh. Aber zum Glück hatten wir Block. Halb so wild. Das ist wirklich cool. Und mit ein bisschen Glück wird das jetzt die letzte Runde. Oh. Vernichten wir ihn mit unserem super Herz, das wir jetzt haben. Huah. Cool. Das ist wirklich cool, dieses Herz. Mensch, das ist gut, dass ich das jetzt weiß. Das müssen wir uns merken. Ähm. Delete this card ist halt irgendwie bescheuert. Weil wenn ich diese Karte benutze, ist sie komplett weg aus meinem Deck gelöscht. Und dafür mal einmal 15 HP wiederherstellen und dann kostet die auch noch was. Und mir die Karte echt blöd vor. Deswegen nehmen wir lieber einen Startaktionspunkt. Ich hab das Gefühl, das ist sinnvoller. Ob ich zuviel gesuffer oder hat der Kerl nur Ohr angeschaut. Ja. So. Victory. Und ein weiterer Fame-Punkt. Merchants have one extra card. Hm. Und es wird eine Karte freigeschaltet. Die 25 Schaden blockt oder zwei Karten. Na, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Äh. Ah, eine höhere Chance für Gegner, dass sie einen besseren Heiltrank droppen. Nehmen wir mal das da. Ups. Wollte ich nicht. Wir haben eine neue Axt gefunden, die wir gleich verkaufen. Und? Was sind das da? Irgendwie Schienen, Beinschienen oder Schuhe oder so. Die vielleicht eher für Magische oder Kleriker oder sowas sind. Aber nicht für unseren Barbaren hier. So, gehen wir in die Kristallhöhlen mit ihm, oder? Why not? Los geht's. There is a great sense of evil here. Let's do this. Let's do this. Let's play some crazy taxi. Äh. Ja, warum nicht? Nehmen wir wieder unseren guten alten Baden mit. Hello. Hello. Verbessern wir mal die Karte hier nochmal. Dann machen wir 18 Schaden und heilen uns um 15. Das ist eigentlich ganz gut. Und mit Healer können wir coolerweise gleich nochmal eine schlechte Attackkarte aus unserem Deck werfen. Gut. Auf geht's gegen ein Level 6 Skelett. Der erste Kampf in der zweiten Höhle ist immer gefährlich. Mal schauen, ob unser Killer meets Barbar. Lord Killer meets the Barbarian. Mit seinem Deck, mit seinem mächtigen Herz. Hier eine gute Figur abliefert. Autsch. 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 Da hat schon ganz schön krasse Karten in seinem Deck. Unser Gegner. Verdammt nochmal. Jetzt ist er zwar besiegt, aber das war natürlich sehr schmerzhaft. Captain. Rette uns. Zwei Start-AP ist schon auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich will lieber unsere kritische Trefferkarte upgraden. Ah, das habe ich befürchtet. Nur Level 7 Gegner. Einen Kampf müssen wir jetzt noch schaffen gegen so Ohren. Dann, jetzt habe ich gerade wieder den bayerischen Kommentar gelesen und schon bin ich wieder im bayerischen drin gegen so Ohren. Der Barbar sieht ein bisschen aus wie Geralt. Ja, stimmt. Das ist recht. Anuar Knochenhaufer. Ja. Also, Medusa Troll Falle. Ich glaube, ehrlich gesagt, gegen die Falle haben wir noch wahrscheinlich die höchsten Überlebenschancen. Weil wir da auch einfach nur durchhalten müssen. Zumindest reicht hier durchhalten. Genau das werde ich versuchen. Ausgewichen. Geblockt. Vier Schaden teilweise geblockt. Okay, cool. Alles okay soweit. Dann können wir uns jetzt selber ein bisschen teilen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Au, das war jetzt aber gleich, ne? Gerade sage ich, das sieht gut aus und dann, bam, kommen ein paar ordentliche Treffer. Aber jetzt haben wir unser Herz auf der Hand. Jetzt haben wir unsere kritische Trefferkarte. Und unser Herz. Reicht nicht ganz. Aber jetzt kommt noch, bam. Das Herz ist gut, ey. Voll gut. Ja, wie sie mir, finde ich. Ja, stimmt auch. Kann ich auch sehen, ja. Reduce the enemy's total block value. Den ganzen Block vom Gegner reduzieren und 18 Schaden verursachen. Hm, nicht schlecht. Oder er muss alle Supportkarten ablegen. Auch echt nicht schlecht. Aber ich würde jetzt erst mal noch die Karte hier upgraden. Die abgegradet sind auch ziemlich mächtig. Vielleicht sollte ich auch das machen. Okay. Ich mach das. Level 7. Mercenary. Wir kommen. Zeit für die Target-Praktiz. Okay. Das machen wir jetzt so. Erst machen wir den echt starken Angriff, der uns selber aber auch verletzt. Dann den immer noch einigermaßen starken Angriff, der uns heilt. Yeah. Und dann unser mächtiges Herz. Das war eine gute erste Runde. Den haben wir von 130 auf 50 HP runtergekriegt. Und er uns zum Glück nicht ganz so schlimm. Shit. Ich hätte wirklich gehofft, dass wir den schaffen. Ich ziehe mal noch eine Karte. Leider keine sehr gute Karte. Naja. Wird schon gut gehen, hoffe ich. Oh, der hatte auch so ein Herz. Verdammt. Was für ein Arsch. Ich hasse ihn. Ah, ich nehme mal unseren Bone-Doom-Heilungszauber her. Verdammt. Ah, was für ein Arsch. Wir können uns wenigstens ein bisschen heilen noch, bevor wir ihn töten. Immerhin. Gut, gut. Dann kämpfen wir jetzt gegen den Level 7 Troll, würde ich sagen. Das wird bestimmt auch nicht leichter. Ja, da passen aber in beiden Fällen eher der Barbar nicht. Da würde ich eher einen Kleriker. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es kommt immer auf die Spielweise an. Ich glaube, mein Geralt ist schon ein bisschen ein Barbar auch. Aber ein netter Barbar. Aber ich benutze kaum Zeichen oder sonst was. Und nehme einfach die Waffe mit dem stärksten Damage-Output und haue drauf. Wie blöd. Da passt das schon eher ein bisschen. So. Ähm... Troll. Wir können zumindest schon mal ganz gut eröffnen. Kritischer Treffer. Heilungstreffer. Explodierendes Herz. Und noch ein bisschen Einzelschlag draufhauen. Passt schon. Er heilt sich ein bisschen. Das ist übrigens ganz cool. Ihr habt gerade diesen Jingle vielleicht gehört. Dieses Blin-Ding. Wenn Gegner Karten benutzen, die wir noch nicht kennen, schalten wir die quasi für zukünftige Runs frei. Ab dann kann man die finden oder beim Händler kaufen. Das ist jetzt gerade passiert mit dieser Heilungskarte. Geblockt. Er heilt sich ganz schön. Aber das wird ihm auch nicht auf Dauer helfen. Okay. Okay. Autsch. Zum Glück konnten wir den meisten Schaden blocken. Aber trotzdem. Autsch. Mensch. Der ist schon wieder irre hier. Nein, wir nehmen hier noch Reaktionspunkte für die Karte. Verdammt! Okay, halb so schlimm. Hoffe ich. Leider kein Level Up. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt drauf gehofft, weil jetzt müssen wir in sehr angeschlagenem Zustand, ich habe auch noch keinen Händler gefunden, wo wir uns heilen könnten, in sehr angeschlagenem Zustand gegen die Level 7 Medusa kämpfen. Das könnte eng werden. Das könnte eng werden für unseren Helden. Schauen wir mal. Okay, wir konnten alle drei Angriffe blocken. Eine unserer Karten auf der Hand wurde von ihr leider versteinert. Schade. Es reicht leider nicht ganz. Wir haben jetzt in der Runde, dafür, dass wir nur drei Karten hatten, hatten wir echt super viel Schaden. Aber jetzt wird es eng, glaube ich. Oh, das wird nichts mehr. Oh Gott! Wie? Ich weiß nicht wie, aber noch lebt unser Baba. Und jetzt hat er, glaube ich, gewonnen. Traue ich mich mal zu sagen. Und ein Level Up. Meine Güte, war das knapp. Boah! Verdammt! Ui, der Britchen haben wir ja dermaßen eingeschoben. Was? Das verstehe ich nicht. So. Brrrrp. Okay. Blutungskarten. Und ein Händler. Ja, diesmal haben wir ein bisschen Geld nämlich sogar auf Lager. Wir können jetzt mal relativ billig eine Karte entfernen. Und eine Karte upgraden. Dann schauen wir mal, ob er was im Angebot hat. Äh, ne. Brauchen wir nicht. Da wir das nicht brauchen, gebe ich jetzt unser restliches Geld nochmal auf, um nochmal eine Karte aus unserem Deck zu entfernen. Halt, ich bin im falschen Menü. Delete, genau. Um eine Karte zu entfernen. Eine Attackkarte. Das ist immer gut, dass man sein Deck schlank hält. Nur die nützlichen Karten. Okay, unsere maximale HP steigt um 30. Dafür kriegen alle Gegner zwei Nahkampfangriff-Abwehrkarten in ihr Deck. Nope. Äh, äh. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Weißt du was, nehmen wir gleich die nächste Medusa aufs Korn. Sind wir schon dabei. Jetzt ist es Zeit, um unsere Wissen zu testen. Nicht schlecht, die Runde. Nicht schlecht, aber leider hat es nicht ganz gereicht. Schade. Beinahe hätten wir uns die Runde gerade sparen können. Aber gut. Wir sind trotzdem relativ unbeschadet rausgegangen, zum Glück. Dann kämpfen wir jetzt gegen den Level 8 Undead Cleric. Das geht's. Das geht's. Das geht's. Und den auch. Ist halt doch ein Magier. Der haut halt nicht so rein. Ist halt doch ein Klerik. Der hat uns jetzt angezündet und war super nervig. Und was weiß ich was alles. Aber getötet hat uns nicht. Oder unsere Rüstung durchbrochen. Äh, da. Ich hab noch genug. Ja, um alle Karten auszuspielen. Perfekt, weil dann ist er tot. Yeah, und wir sind ein Level aufgestiegen. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Gleich eine Level 3 Karte. Die 24 Schaden macht. 3 AP verbraucht. Gleich voll abgegradet. Brauchen wir die wirklich jetzt in unserem Deck? Oder ist es nicht sinnvoller, unser Deck noch ein bisschen zu entschlacken? Ich nehm die mit. So. Und jetzt kämpfen wir gegen den Undead Mage. Da hab ich mich ein bisschen davor gedrückt. Weg ist es. Aber, äh, jetzt ist es soweit. Wie viel AP haben wir noch? Vier. Ah, dann können wir nicht alle Karten spielen. Aber. Jetzt spiele ich die und die und die. Au, 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 au. Mein Gott, die Magier hauen so rein, wenn die wollen. Oh Gott, ey. Aber wir können jetzt auch reinhauen, wenn wir wollen. Und ich würde sagen, wir wollen. Bäm. Kommt tot. Kila, jetzt wäre es sogar eine Option, uns zu heilen. Wäre vielleicht sogar gar nicht so blöd. Aber andererseits habe ich gerade eine ziemlich mächtige Nahkampfangriffskarte in unser Deck aufgenommen. Deswegen schmeiße ich jetzt eine andere raus. Weil sonst wird es zu voll. Und jetzt gehen wir zum, wie heißt er? Weiß ich nicht mehr. Ah, bei der waren wir noch gar nicht bis jetzt, ne? Da können wir uns jetzt entweder ein Item holen. Wenn wir das benutzen, ziehen wir einfach nur eine Karte und fertig. Wenn uns aber jemand, oder warte mal. Ist das Karte? Genau. Wenn uns aber ein Gegner zum Beispiel mit Gebrüll dazu zwingt, diese Karte aus der Hand abzuwerfen, dann ziehen wir zwei Karten und werden geheilt. Das ist zwar, ne? Selten, aber wenn es vorkommt, saukohl. Oder das hier, mit dem wir dann jede Runde drei HP regenerieren. Äh, bis zum Start. Äh, genau. Und für eine Runde werden wir physisch resistent. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist cooler. Ich meine, man muss echt Glück haben, dass das seinen, seinen Superbonus auslöst. Aber wenn, dann ist es super cool. Dann kann es wirklich spielentscheidend sein. Und ansonsten stört die Karte nicht. Das ist das Wichtige. Weil dann spiele ich die einfach und kriege eine andere Karte fertig. Ist kein Verlust. Stört nicht im Deck. Und insofern nehmen wir die mit. Piu. Nehmen wir die mit, werden wir gegen die Stufe 9 Spinne kämpfen. Okay. Ach. Ach, das wird so spannend. Meine Güte, wir können jetzt echt Schaden machen in der Runde. Aber uns selber auch ein bisschen. Aber die Spinne ist fast besiegt in einer Runde. Aber leider eben nur fast. Mensch, schade. Hätten wir uns das alles hier jetzt ersparen können. Das leider echt unangenehm ist. Aber gut. Gewonnen haben wir. Aber jetzt müssen wir etwas geschwächt, leider. In den Level 18 tauren. Ja, aber besser als ein Level 9 greif. Level 9 Schleim, überlege ich ehrlich gesagt. Ob der nicht leichter wäre, als ein Level 18 taure. Ja, ich glaube wirklich, ey. Wir machen den Level 9 Schleim vorher. Der ist nicht ganz so tankig und nicht ganz so ein Arsch, hoffe ich. Ich hoffe es. Schauen wir mal hin. Okay, jetzt muss ich kurz mit meinen Aktionspunkten haushalten. Ah, da können wir bei weitem nicht alle Karten spielen, nämlich leider. Die würde ich echt gern spielen. Na, dann kann ich eh nur die beiden spielen. Wir brauchen mehr Aktionspunkte. Äh, du da. Mehr Aktionspunkte. Dankeschön. Das ist schon besser. Wenn ich die jetzt spiele, haben wir noch drei übrig. Okay, cool. Dann spreche ich die da. Die da. Und die da. Nein, das hat nicht ganz gereicht, weil er gegen physische Resistenten-Resistenz ist. Aber er blutet. Das heißt, er stirbt trotzdem. Gut. Und ein Level up. Und wir können jetzt fünf Karten auf der Hand halten gleichzeitig. Und wir haben ein Level 6 Org entdeckt. Das ist super. Yay. Hey, mich wundert so, dass die Sonnenbrille da oben so hält auf meinem Hasen. Hopf. Hätte ich nicht gedacht. Cool. Yeah. Let's play some crazy monster slayer. So redet jetzt der Hase immer. Immer wenn ich so mache, dann bin ich der Hase. Okay, let's kick some Orc ass. Woo. Okay, Hase. Machen wir. Ja. Ah. Der Wahnsinn. Äh. Ha. 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 Ganz schön gut der Barbar jetzt. Dieses Deck ist echt cool. Das haut rein. Ich hoffe nur, dass wir nicht auch reingehauen werden von ihm. Level 8 Centauri. Okay, jetzt kommt der Tank. Mal schauen, ob wir gemütlich Schaden generieren, um den einigermaßen schnell zu besiegen. Sonst zermürbt er uns komplett. Ah, Quatsch. So muss ich es machen, genau. 1, 2, 3, 4. Oh, machen wir so. Machen wir dies. Machen wir das. Machen wir jenes. Dann sieht es schon ganz gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Hauen wir raus. Naja, nicht schlecht. Über 100 HP in einer Runde. Nochmal so eine Runde und er ist fällig. Jetzt müssen wir nur die Runde überleben, bitte. Bitte. Hallo. Überleben. Ja, kein Problem. Heil uns bitte mal kurz, Heiler. Okay. So. Jetzt passt auf. Ähm. Diesmal können wir leider nicht... Achso, können wir. Alle Karten. Gut, passt. Naja, eine Runde überstehen wir schon noch von ihm. Eine Angriffsrunde hoffentlich. Ja, halb so wild. Und jetzt ist er fällig. Hoffe ich. Zumindest. Hm, naja. Wird schon hinhauen. Gut, perfekt. Ziemlich gut. Ziemlich gutes Deck jetzt. Drauf haben, drauf haben, haben wir schon immer kennt. So. Greif, jetzt bist du dran. Okay. Ja, machen wir. Okay. Schon cool. Wir schaffen jetzt schon immer so fast 100 HP in einer Runde. Durchschnittlich habe ich das Gefühl. Das haut schon rein. Wenn wir dann noch ein bisschen mehr so ziehe mehr Kartenkarten und ein bisschen mehr AP-Karten ins Deck kriegen, dann können wir bald quasi ununterbrochen einfach komplett bam, alle Niedermäen. Bam, Niedermäen. Ne, reint sich nicht ganz. Schade. Fast. Fast ein Reim. Ähm. Ja, der ist fällig jetzt. Ah, wir haben nicht genug. Da haben wir wieder das Problem. Und der Karte können wir jetzt nochmal drei Aktionspunkte holen. Und dann reicht's. Cool, cool. Treasure. Ah, das könnte hilfreich sein. Zieh eine Karte und stell 5% deiner HP wieder her. Wenn diese Karte... Ah, durch einen Karten-Effekt abgeworfen wird. Sehr cool. Das ist im Grunde ähnlich wie die Karte, die ich vorher genommen habe. Wenn ich die benutze, ziehen wir noch eine Karte und stellen 5% HP wieder her. Also voll cool. Kein Problem. Aber wenn die durch einen Gegner aus unserer Hand geworfen wird, dann ziehen wir gleich zwei Karten und stellen 10% unserer HP wieder her. Immer gut sowas. Jetzt verhauen wir noch den Level 6 Troll. Das wird toll. Hier wir go. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ich werd wahnsinnig. Nehme ich die Karten? Nein. Ja. Okay. Okay. So. Er blutet ganz stark. Oh, der regeneriert sich aber auch selber, der Troll. Und zwar gar nicht so schlecht. Das gleicht sogar das Bluten ganz gut aus. Dann nehm ich uns mal, geb ich uns mal ein bisschen Block jetzt lieber. Ist zwar nicht viel jetzt, aber hey, immerhin. Guck. Fanden wir schon ein bisschen was abwehren von seinem Schaden. Gut, gut. Nein, ich hab die... Ah, ich hab mich verdrückt. Äh, blöd. Ich hab die Karte abgeworfen, weil ich dachte, dann krieg ich ne neue. Ich hätt sie benutzen müssen, damit ich ne neue krieg. Das war ziemlich doof jetzt. Da hätten wir eine Karte mehr auf der Hand haben können, die wir eventuell gebraucht hätten. Aber wir schaffen ihn auch so. Cool. Ich glaub, in dem Fall würde ich jetzt tatsächlich plus zwei AP nehmen. Ich glaub, das ist... Weil die APs sind teilweise schon sehr knapp. Wenn ich da manchmal nicht die richtige AP-Bonus-Karte auf der Hand hab, ist das blöd. Ich glaub, das ist schon ziemlich gut. Der Rep-Squid. Okay, auf zum Cave-Troll. Endboss-Stufe 2. Ich glaub, bis jetzt hat's noch keiner zum Endboss der Stufe 2 geschafft. Crazy. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen. Also das ist jetzt schon, ne? Das ist jetzt schon ne Premiere hier. Lord Killer meets der Barbar. Dank all seiner Vorgänger schafft es nun zum ersten Mal zum Endboss der zweiten Map. Der wird hart. Der wird richtig hart. Schauen wir mal. Der Höhlentroll. Den hab ich mir anders vorgestellt. Okay. Los geht's. Wie sieht's mit unserem AP aus? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Dann kann ich uns ein bisschen Block geben. Wisst ihr was? Ziehen wir noch ne Karte. Los. Herder mit. Das war ne gute erste Runde. Sehr schön. 101 Schaden. Cool. Okay. Nicht so tragisch. Ach so knapp. Knapp. Jetzt heilen wir uns vorsichtshalber. Ich glaube nicht, das ist notwendig. Aber es ist egal. Letzter Kampf hier. In der Höhle. Wir müssen uns die... Yay. Geschafft. Cool. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr, sehr cool. Was haben wir denn hier? Unlocks the card thief and focus card. Was? Both are great for cycling through your deck quickly. Oh ja, das klingt gut. Die Karten schalten wir frei für die Zukunft. Ah, warte, wir haben sogar noch eine. Oh, das hat viel Fame gebracht. Ja, das denke ich mir schon. Unlock fine coins. Gain coin when played. If you have more money to spend. Mehr HP. Ah ja, das ist gut. Oh ja, das ist gut. Das nehmen wir. Neue Karten. Schätze kriegen mehr Karten zur Auswahl. Oh, killidokili. Und wir haben einen neuen Helm gefunden. Der. Retillier irgendwie nicht so schlecht ist. Was haben wir denn gleich nochmal bei ihm ausgerüstet? Ich würde sagen... Ich würde sagen... Retillier... Ja, vielleicht... Irgendwie da tauschen sogar. Machen wir, glaube ich. Uh. Ach, jetzt hat er auch die Vibrationshörner. Brrrr. Cool. Den Hohrand. Was? Den Hohrand-Kerl haben wir gescheit geschoren. So. Letzte Map. Jetzt können wir uns aussuchen, ob wir ins Grab der Alten oder in den vulkanischen Tunnel wollen. Äh. Ne, können wir nicht. Das hatte ich schon mal. Es ist nämlich manchmal so, dass theoretisch mehrere Orte auf der Map sind. Ich kann aber nicht hinlenken. Egal. Wenn ich nach oben lenke, landen wir hier. Und wenn ich nach links lenke, sind wir wieder unten im Menü. Ach doch. Von hier können wir theoretisch in den vulkanischen Tunnel. Aber gut. Gehen wir ruhig ins... Grab der Alten, der Antiken. Es ist alles furchtbar hier. Alle beiden Optionen furchtbar. Gehen wir zum Käpt'n. Hallo. Du könntest uns noch eine Karte upgraden, habe ich gehört. Äh. Ja, machen wir die da ruhig. Okay, wir können es jetzt aussuchen. Oh Gott, ey. Ja gut. Ein Level 11 roter Drache. Na dann. Jetzt geht's los. Jedes Mal, wenn du eine Karte ausspielst, erleidest du Feuerschaden. Yay. Ah. Zwei Schaden pro Karte. Boah. Boah. Das ist gemein, oder? Na gut. Ich sag dann mal gute Nacht. Gute Nacht, Metatron. Ich will eigentlich auch schon lange aufhören mit dem Stream. Aber die Runde müssen wir jetzt natürlich noch beenden. Dann ist aber Schluss. Vielleicht ist das schon der letzte Kampf. Ich hoffe es nicht, aber es ist schon wahrscheinlich leider. Das ist einfach echt hart hier. Ich kann das nicht machen. Na gut. Na gut. Ein Angriff vom roten Drachen konnten wir abwehren. Aber jetzt kommen seine echt heftigen... Ah. Nein. Guckt, jetzt macht er Raw. Jetzt müssen wir zwei Karten abwerfen. Hätte ich jetzt die Karte auf der Hand, die wir, ne, die wir abwerfen müssten, damit wir Bonis kriegen, hätten wir sogar einen Vorteil davon. Aber so leider jetzt nicht. Da ist sie. Da ist sie. Warum war sie vorher nicht in meiner Hand? Verdammt. Mann, ey. Komm, heil uns mal ein bisschen. Ich muss auch echt sagen, dass ein roter Drache gleich mal ein ganz schön krasser, ordentlicher erster Gegner ist. Das ist schon ziemlich übel. Ziemlich gemein. Ich befürchte, das war der letzte Kampf. Oh, ja. Guckt euch das an. Ein Zauber, der 20 Mana kostet, um dem Wirken zu können. Superteuer. Macht 40 Schaden. Da hatte er keine Chance. Aber so ist das. Der Schwierigkeitsgrad im Spiel steigt extrem steil an. Und man braucht jetzt einfach viele Generationen, viele kleine Upgrades, viele wertvolle Schätze, damit man eine Chance hat, hier den dritten Dungeon zu schaffen. Aber das war ein ziemlich guter Run hier. Ein ziemlich guter Run von unserem Lord. Äh, Killer-Mietze. Ziemlich viel Fame gesammelt. Ziemlich viel cool. Ziemlich viel cool, würde ich sagen. So, jetzt, genau. Das ist jetzt noch wichtig. Wenn ihr das Spiel, wenn ihr sagt, oh ja, super cool, das Spiel will ich auch spielen. Ist wirklich, macht Spaß und alles. Aber, dieser Bug ist echt super tödlich. Deswegen sage ich das nochmal jetzt für alle. Wenn ihr das Spiel erfolgreich zu Ende bringt, dann müsst ihr einen neuen Helden wählen, bevor ihr das Spiel beendet. Wählt am besten immer erst einen neuen Helden und dann, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr quasi hier auf dem Screen seid, also auf dem da, dann beendet das Spiel. Nicht vorher. Weil sonst kann es sein, dass das Spiel softlockt und ihr auch, wenn ihr neu ladet, immer wieder auf diesem Bildschirm hier landet, der aber tot ist und ihr könnt nichts mehr machen. Und dann müsst ihr wirklich euer komplettes Save-Game löschen und von vorn anfangen. Und wenn das nach unzähligen Stunden passiert, ist das echt super frustrierend. Deswegen warne ich euch davor. Cooles Spiel, aber dieser Bug ist wirklich super, super schlimm. Deswegen immer erst einen neuen Helden wählen, bevor man das Spiel beendet. Ganz wichtig. Na gut. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Schlaft schön. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Nächsten Dienstag geht's wieder weiter. Und ich sag Gute Nacht und Tschüss. Lansquid auf der Schulter ist eh schon eingepennt. Und Hase sagt auch Gute Nacht. Gute Nacht, alle zusammen. Yeah, schlaft gut. So, gute Nacht. Ciao.